Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal was für die Schwimmer. Bei den Einstellungen zum Schwimmen gibt es immer so viele Fragen und so viele Dinge, die falsch gemacht werden können. Deswegen mache ich hier mal heute einen kleinen Überblick. Ihr habt ja Freiwasserschwimmen oder Poolschwimmen, was ihr einstellen könnt als Trainingseinheiten in der Uhr. Freiwasserschwimmen ist eigentlich gar nicht so das Problem, weil ihr müsst natürlich im freien Wasser sein, damit ihr ein GPS-Signal habt. Ihr wartet, bis das GPS-Signal da ist und dann könnt ihr schwimmen. Ihr könnt allerdings, das GPS-Signal kann allerdings nur empfangen werden, wenn ihr den Arm über Wasser habt. Das heißt, wenn ihr Freistil schwimmt, habt ihr jeden zweiten Zug halt, also jeden Armzug, wo die Uhr dran ist, den Fix mit dem GPS und dann wird die Strecke auch genau aufgezeichnet. Wenn ihr Brust schwimmt im Freiwasser, kann es natürlich nicht aufgezeichnet werden. Dann würde ich euch empfehlen, die Uhr hinten am Kopf unter die Badekappe zu machen. Dann habt ihr immer Kontakt zum Satelliten und habt so auch eine GPS-Aufzeichnung, wenn ihr zum Beispiel nicht kraulen könnt oder nur Freiwasser schwimmt im Bruststil. Das kann die Uhr einfach nicht. Das Signal geht nicht durch Wasser, genauso wenig wie ein Bluetooth-Signal oder ein sonstiges Signal durch Wasser geht. Es muss also immer eine Zugphase über Wasser sein, damit das da ist. Aber wir gucken uns heute hauptsächlich mal die Pool-Funktion an. Da gibt es nämlich einige Dinge, die zu beachten sind und wenn ihr die beachtet, dann habt ihr eine super genaue Trainingsaufzeichnung. Wichtigste ist als erstes, ihr müsst die richtige Pool-Größe einstellen. Dazu haltet ihr den mittleren Knopf gedrückt, geht auf die Quimmbad-Einstellungen und geht runter zu Pool-Größe. Hier sind die gängigen Pool-Größen bereits hinterlegt. Die könnt ihr dann einfach aktivieren. Ihr könnt auch in Benutzer-definierte Größe eingehen. Das heißt, wenn ihr oft wie ich in Hotelpools schwimmt, dann könnt ihr hier bis auf 14 Meter runtergehen. Das ist schon mal ganz wichtig, damit eure Anzeige während des Schwimmens stimmt. So, dann ist es ratsam, einen Energiemodus fürs Schwimmen im Prinzip anzulegen. Ich nehme immer gerne hier meinen Relax-Modus. Das heißt, ich habe nur das Herzsignal, kein GPS, kein Telefon, keine Musik. Das erweitert die Akkuleistung. Muss man nicht machen. Ich mache es. Ja, gibt euch ein längeres Leben von der Uhr. Ihr habt auch die Möglichkeit, Trainings auf die Uhr zu laden. Das heißt, ihr könnt euch in der App Trainings anlegen und die könnt ihr dann abschwimmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, beim Schwimmen bin ich da nicht so ein großer Freund von, weil da bin ich lieber derjenige, der da am Rand seinen Zettel liegen hat und zwischendurch mal drauf guckt. Das finde ich einfach einfacher, weil während des Schwimmens könnt ihr eh schlecht auf die Uhr gucken. Und von daher ist es wirklich einfacher, sich den Zettel da an den Rand zu legen und abzuschwimmen. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, euch unter der Schwimmbadeinstellung Alarme zu setzen. Das heißt, ihr könnt sagen, eine Zeit, eine Distanz. Also ich stelle mir relativ häufig die Bahnen ein, dass ich halt sage, okay, ich muss jetzt alle 100 Meter oder alle 200 Meter, gib mir eine Vibration. Das kann man hier machen. Das ist ganz gut und auch hilfreich. Ihr merkt dann so, okay, wir sind soweit. Ihr könnt hier die Trainingsseiten einstellen, wie ihr möchtet. Grundeinstellung ist die, die ich jetzt hier drin habe. Da ist diese Intervalleinheit mit drin. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr die Lab-Taste gedrückt habt, fängt die hier neu an zu zählen. Ihr seht dann eure Pace. Ihr seht die Zeit, die ihr gebraucht habt und ihr seht die Distanz, die ihr geschwommen habt. Ihr könnt aber auch sehen die Overall-Zeit und Distanz. Ihr seht eure Herzfrequenz, was jetzt neu ist. Denn die 6er-Serie mit dem neuen Herzfrequenz-Sensor macht es endlich möglich, dass man während des Schwimmens die Herzfrequenz vom Optical Heart Rate Sensor bekommt. Das ging bisher nicht. Da musste man immer einen Gurt anhaben. Jetzt geht es. Er ist doch recht präzise geworden, das muss ich wirklich sagen. Allerdings, wenn ihr wirklich eine 100%ige genaue Herzfrequenz haben möchtet, dann nach wie vor mit dem Gurt. Weil das Problem bei dem Optical Heart Rate ist, wenn ihr Intervalle schwimmt, wenn ihr Sprints schwimmt, wenn ihr Fahrtenspiele macht. Der Optical Heart Rate fängt eigentlich mit einer Verzögerung an zu messen. Weil ich sage mal, das Herz unter dem Gurt, der Gurt merkt sofort, oh der Herzschlag geht höher. In den Adern dauert es länger. Das heißt, ihr habt so eine 10 bis 20 Sekunden Verzögerung drin. Und es gibt ein tolles Video bei YouTube. Ich mache mal unten den Link rein, dann könnt ihr das mal sehen. Gerade bei diesen Sprintintervallen oder bei Intervallen an sich ist er nicht so genau. Da fehlt euch oft der Peak, weil er vorher dann schon wieder runter geht. Von daher, mir reicht er zum Schwimmen. Ich finde es total genial jetzt. Der zeichnet die ganze Zeit auf und ich sehe es. Ich kann auch drauf gucken während des Schwimmens und könnte es sehen. Das ging beim Gurt nicht. Da müsst ihr also mit dem Gurt über Wasser sein und mit der Uhr. damit die die Verbindung haben und der Puls angezeigt wird. Mit dem Optical Heart Rate geht es immer. Ich brauche jetzt nicht die 100%ige Pulsangabe beim Schwimmen. Die ist mir so genau genug und von daher finde ich den ausreichend für mich. Was eine super wichtige Seite ist, wenn ihr Techniktraining macht, ist die Übungsaufzeichnungsseite. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel nur Beine trainiert und liegt mit den Armen auf einem Schwimmbrett, merkt die Uhr nicht, dass ihr schwimmt. Deswegen, wenn ihr Technikeinheiten macht, geht auf diese Seite und dann schwimmt ihr eure Bahnen, wie viel auch immer, 4, 8, 12, was auch immer ihr gerade schwimmen müsst. Und danach drückt ihr die Lab-Taste und dann könnt ihr die geschwommenen Meter eingeben. Das heißt, das fängt bei 25 Meter an und geht hoch bis, ich weiß nicht wie viel, meistens schwimmt man ja 200, 300 Meter Einheiten. Und dann geht ihr auf die 300 Meter, bestätigt das wieder und dann habt ihr diese Technikeinheit da auch drin. Auch mit den richtigen Bahnenzahlen. Das ist nämlich das Problem, was viele haben. Sie machen Techniktraining und sagen, die Uhr zählt ja keine Bahn. Kann sie auch nicht. Wenn ihr den Arm nicht bewegt, an dem die Uhr ist, ist für die Uhr Pause in dem Moment. Das heißt, macht ihr ein Techniktraining oder macht ihr irgendwas, wo ihr die Arme nicht bei braucht oder diesen Uhrarm nicht bei benutzt, geht auf Übungsaufzeichnung und gebt die Meter dann händig ein. Ihr könnt hier noch andere Sachen hinzufügen. Also mir reicht eigentlich hier diese Grundeinstellung, die es gibt. Wenn ihr die Lab-Taste während des Schwimmens drückt, dann geht ihr in den Pausenmodus. Das heißt, der Bildschirm wird schwarz. Ihr seht dann auch, je nachdem in welchem Bildschirm ihr seid, wird die Zeit gezählt für die Pause. Und wenn ihr wieder los schwimmt, drückt ihr wieder die Lab-Taste und es geht weiter. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr die Schwimmbadgröße einstellt. Habt ihr es vergessen, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ihr könnt es im Nachhinein auch noch in der App einstellen. Ich zeige euch mal gerade, wie und wo. Und zwar, wenn ihr eine Schwimmeinheit habt, dann geht ihr auf diese Einheit drauf. Dann geht ihr hier oben auf das Einstellungsmenü und ihr sagt Aktivität bearbeiten. Dann geht ihr hier auf mehr Daten anzeigen. Und ihr könnt dann hier, wenn ich es jetzt finde, ich bin sonst mit Android unterwegs, deswegen muss ich jetzt hier gerade gucken, ob es... Hier ist die Schwimmbadlänge, ihr braucht gar nicht drauf gehen. Dann könnt ihr hier die Schwimmbadlänge ändern. Und habt dann trotzdem alles richtig im Ende bei Garmin drin. Aber halt während des Schwimmens habt ihr hier natürlich eine falsche Aufzeichnung drin. Dann stimmt eure Pace und so nicht, wenn ihr schwimmt. Ich bin heute geschwommen und ihr seht, die Herzfrequenzaufzeichnung ist ohne Abrisse, ging super gut, ist konstant da gewesen und hat einwandfrei geklappt. Was auch wichtig ist beim Schwimmen im Pool, ihr müsst euch, entweder macht ihr eine Rollwende und stoßt euch kräftig ab oder ihr stoßt euch bei der normalen Wende kräftig ab, damit die Uhr weiß, ah okay, es geht in die andere Richtung. Weil dann zählt sie die Bahn auch sehr, sehr genau und sehr konstant. Wenn ihr nur so vor euch hin plätschert und euch dreht, dann kann es sein, dass sie eine Bahn nicht zählt. Ich finde die Genauigkeit vom Bahnzählen sehr gut bei der Uhr und mir gefällt diese Aufzeichnung mit dem Optical Heart Rate Sensor auch. Ich bin sonst immer mit Brustgurt geschwommen, aber für mich persönlich reicht das so. Wo ihr darauf achten müsst, ist, dass ihr die Uhr wirklich relativ eng am Handgelenk habt, damit nicht zu viel Wasser zwischen Haut und zwischen dem Optical Sensor kommt. Dann könnte es eventuell zu Abrissen kommen, bei der Pulsaufzeichnung. Wenn ihr sie aber relativ eng tragt, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn ihr euch trotz allem gerne ein Schwimmtraining anlegen möchtet, dann könnt ihr das in der Web App machen, das funktioniert auch. Oder ihr könnt es auch hier in der normalen App machen, geht hier auf Trainings, geht hier auf Trainings erstellen, geht auf Schwimmbad und könntet jetzt hier, also hier müsst ihr natürlich die Poolgröße eingeben. Die könnt ihr hier dann raussuchen. Und hier könnt ihr dann eure Sachen einstellen, also ein Warm-Up, ihr könnt die Wiederholungen, ihr könnt schwimmen, ihr könnt dann hier auch sagen, ihr könnt Abschnittsnotizen hinzufügen, ihr könnt sagen halt die Dauer oder ihr könnt auch sagen, also hier in verschiedenen Bahnen, ihr könnt sagen beliebige Züge oder halt Freistil oder einen bestimmten Zug festlegen, was ihr machen möchtet. Und so weiter und so weiter. Ihr könnt das also so machen, wie ihr das möchtet, auch ob ihr zur Pause die Lab-Taste drückt oder ob das automatisch geht oder wie auch immer. Schaut es euch mal an, man kann es da eingeben. Wie gesagt, beim Schwimmen mache ich es nicht, weil ich kann während des Schwimmens nicht drauf gucken, ich kann nicht sehen, ob ich in der Zeit bin und so weiter. Da gucke ich lieber am Ende von dem Intervall drauf und gucke, war es zu schnell oder naja, hat geklappt. Und habe meinen Zettel am Rand liegen und gucke drauf, was am Training gefordert ist. So, das waren eigentlich die wichtigsten Sachen und wenn ihr die beherzt, dann klappt das auch mit der Schwimmbadaufzeichnung. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne drunter. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, ich liebe Daumen hoch und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!